Hier ist Mr. 1, 2, 3, 4 und heute ist der 19. Dezember, fünf Tage noch vom Weihnachtstraum entfernt. Wieder die Chance auf 3.000 Euro und 19. das Gloss-Ticket. Gestern haben wir 3x2 gehabt, das heißt, das war Glück. Heute will ich 3.000 Euro haben. So, wir decken erstmal das hier unten weg. Ja, ich habe die Videos noch von gestern und heute noch schnell hochgeladen. Ich bin heute Morgen recht spät aufgestanden. Das erste Video nehme ich auch heute auf, also jetzt nehme ich jetzt auf, aber dann mache ich heute Abend noch weiter. Magic Ball 4, Pflanzen gegen Zombies und Minecraft, wohlgemerkt nicht Minecraft City. Bis zur 84. Folge sind wir da gekommen, Wahnsinn. So, ich sehe schon, zweimal die 20 und einmal die 1. Na komm, heute mal bitte zweistellig als eine Gewinnsumme. Ah, jetzt dachte ich, jetzt hätte ich wieder was Tolles gesehen können. 100. Gestern hatten wir echt nur kleinen Beträgen, wie jetzt hier 10. 40. Wo sind die 3.000 da geblieben? 40. Komm, sei bitte jetzt eine 20. Warte, komm, bestimmt könnte das die Freude verhören. Sei bitte jetzt eine 40. Oder eine 10. Oder eine 20. Keine 100, keine 1, keine... Oder sonst irgendwas. Ey, das ist Wahnsinn. In den letzten beiden Losdingern keinen einzigen 3.000. Das ist Wahnsinn. Das ist Zufall. So. Ging gut los mit 2 20ern, 2 10ern, 2 40ern. 2 mal 100 und einmal die 1. Na, bravo. Na gut, dann probieren wir es morgen. Morgen der 4. Advent und dann muss es doch Glück bringen. Ja, und das sind neue Dartpfeile, die ihr hier sehen könnt. Habe ich heute bekommen. Und ich würde sagen, das war's für heute. Und wir hören uns heute noch im Laufe des Tages. Bis zum nächsten Mal wieder. Ciao.